So, willkommen zu einer neuen Runde TDT, mit dabei sind Andy the Wolf, Killer Boy, weiter, und ich büte Andy, Niklas, also Follow Your Instincts, Johanny, Megayani, Klee, Mr. Wanwa. Hallo. Mr. Wanwa? Ja? Möchtest du den Zürcher durch den Behinderteneingang? Möchtest du ihn durchbrechen? Nein, ich bin behindert. So sieht es aus. Also, da wurde sofort geschossen. Ich hätte ja mal gerne eine Waffe. Dahinter, der hat den Detective Mr. Wanwa, oder? Weiß ich kein Mensch. Clay ist in der Nähe vom Detective. Ich bin proven, ich habe abgeschossen. Clay, ja, ich, also hier. Yey, so. Well, Andy, Andy. Ich bin jetzt irgendwo ganz anders. No, 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 no. Nee, ich schieß die Kachel ab, kaputt, Ja, Jocker Hanni macht es jede Runde. Das ist ja, ah, bestimmt bei jem zum Kachel repariert, oder bei einem Kugelhersteller. Oh ja, ja. Das wäre auch was. Nee, das ist eigentlich eine Taktik umzuschliessen. Liebeskugel-Hersteller. Wett? Bitte was? Liebeskugel? Und du redest davon mit unseren sexuellen... Ähm... Klee hat gerade versucht auf jemand zu schießen. Wer ist das denn? Aber ich verfolge ihn nur. Klee ist tot. Wie kann es aus, als würde Klee mit Luft geschlagen? Klee ist nicht tot. Klee ist nicht tot. Klee ist vor mir oder Klee ist verkleidet. Klee ist tot. Klee ist ziemlich Klee. Klee hat mir keine Knarre, als wir aus Luftgitarre spielen. War ja ein richtiger Wortwitz. Ja. Ein richtiger... Also ich rotz jetzt... Dafür darf ich auch getötet werden. Ich rotz jetzt gleich Johanni und Mr. Vanya weg. Warum? Zwei, drei, einfach so. Weil ich Spaß noch. Drei, zwei, eins... Dann geh ich hier in dieses... Was ist das? Was ist das hier? Das ist ein Gesicht. Äh... Okay. Mein Gesicht, bitte. Das ist hier. Das ist hier. Alter. Äh... Ich versuch grad die Kracke kaputt zu machen. Ja, weil du im Weg spielst. Du Arsch. Du bist behinderlich. Klee aber wohl. Was? Ah, okay. Ah, keine Sorge. Keine Sorge. Wo geht's hier direkt, Schnapp? Hier. Da ist der... Fast, das bewegt sich. Oh, shit. Shit, shit. Kennt ihr noch hier von... Umgegänger. Okay, das war ein bisschen zufrieden. Ach, rat! Stein! Schalasch! Der... Obwohl der das mit dem Glas gemacht hat. Oh mein Gott, meine Löffel haben sich grad verbogen. Er hat jetzt wen erschossen. Ich hab keinen erschossen. Der war... Der Mörder... Der Mörder ist Opfer. Der Gärtner. Der Mörder... Ich bin eine Flasche. Guck mal, ich bin eine Flasche. Nein! Nein! Das hätte ich dir vorher sagen können. Danke für die Sorge. Johani, warum laufst du weg von der Gruppe? Ja, und warum zeuge ich dir? Killer. 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 Okay, Killer. Ich bin Proofen, also. Ey. Mr. Wanderer. Ich will ein seinlicher Mülleimer werden. Ich telefonier mal. Ich ruf mal meinen Anwalt an. Anwalt? Du, ein Anwalt. Ich bin Frau Wanderer. Ja? Ich ruf mich zu verfolgen. Warum? Wird er bestimmt machen. Ein Handsext ist, äh, Traitor. Er will mich abschießen. Ich bin nicht Traitor. Willst mich abschießen? Das klang so hoch. Der M16, hier ist kein One-Shot. LOL. Alter. Der Boy ist hurt. Er ist Traitor. Der Computer, der hier steht, heißt Beefy Computer. Boah, jetzt Beefy. Hm. So ne Wurst. Ey, Mann. Der Dicke Wurst ist ein Problem, ne? Kannst meine haben. Werd. Geh runter von meinem Computer. See, schießt. Geh raus aus meinen Lern. Was steht ihm hier? Aha. Loll. See hat geschossen. Von? Klee, Klee. Und wenn du Johanny schießt. Ey, Andi, wir sollten am besten mal so Let's Play davon machen, weißt du, Let's Play Computer hin und her schieben. Du Arsch. Also Let's Play Melonenrollen würde ich mal ansehen, glaub ich. Also der ist jetzt... Oh, guck mal, mit Bildschirm fliegst. Loll, wie ist Niklas geschossen? Keine Ahnung, der liegt jedenfalls hier als Toter. Nee, nee, nee. Der, den hat's durch Fässer zerstört, äh, getötet. Ja, das ist Johanny, ja, okay. Wohin seid ihr? Wollt ihr mal aufs Klo gehen? Äh, wer jetzt? Da ist ein großer Klo. Was ist hier los? Wie ist denn Niklas gestorben? Erzähl ich lieber nichts. Ja, aber mein Penis rausgeholt. Wer hat Fidos Raffi Korte getötet? Warte, da schießt jemand! Exel, ist das Klee, Klee hat, glaub ich, alles geschossen. Was ist mit Andy los? Ey, guck mal Andy an. Was ist mit Andy? Komm, schieß der Computer an, Bisch, ja. Scheiße! Boah! Was ist mit Andy passiert? Scheiße! Ey, was ist mit Andy passiert? Wieso klebt der an der Wand? Äh, ne? An der Decke? An der Decke? Das ist ehrlich. 2 Leute haben noch gefehlt. Wir waren alle wieder beieinander. Das war so schwer. Mann, Exel! Du, ey, guck mal, guck dich erst mal an. Guck mal, wie wenig du gekillt hast. Du hast einen gekillt. Du hast schon direkt gesehen. Ey, nein, ich hab zwei gekillt. Ich hab zwei gekillt. Ich habe Dings, äh, weiter getötet und Dings. Du hast nur Fighter getötet. Perfekt. Das ist Roland vielleicht nicht. Ich hab eine Pistole in der Hand und hab, äh, an die Wand. Ja, bei mir war's aber so, es waren alle beieinander. Ich, was will ich da großartig machen, wenn die alle die ganze Zeit miteinander rumlaufen. Ja, ich weiß. Gruppenkuscheln! Boah! Wie wär's nur mit deinem Leben lassen? Bei dir war's halt so, ja. Du hattest die Möglichkeit noch, dass sich alle verteilt haben am Anfang. Aber im Endeffekt, als ein Traitor weg war, wussten sie, okay, es ist nur einer. Wir bleiben alle zusammen. Also... Wie hart? Na gut. Jetzt? Jetzt schon? Wann krieg ich denn die Auge? Meine Auge? Meine Auge? Ich und, äh, ich und, äh, Jani waren jetzt schon zweimal Traitor. Die letzten Runden. Die letzten zwei Mal, wo ich Traitor war, ich bin. Reduziniert euch ein drittes Mal, Traitor zu sein. Nein, du bist nicht. Bist aber wahr. Ich bin Detektiv, also Ellie, ja. Also mindestens hab ich's geschafft. Oh, oh scheiße! 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 Ja klar, ich hab gecheatet. Wie viele Traitor gibt's eigentlich nicht? Ich hab nicht gemerkt, wie du so viele Hände noch überleben kannst. Ich hab selber grad geschaut. Na zwei, oder? Oh nein! Zwei Traitor, glaub ich. Wuh! Lol! Ey, ich werd eingeschossen, ich werd eingeschossen, ich werd eingeschossen, ich werd eingeschossen, weiter! Nein, Kilo, geh weg, geh weg, geh weg! Was denn? Ich mach doch gar nix, ich mach doch gar nix! Weiter schießt! Weiter schießt! Weiter jetzt! Hilfe! Ich sterb' ich ja gerade! Hilfe! Ich sterb' ich ja gerade! Ich sterb' ich gleich! Oh nein! Oh nein! Was ist denn jetzt los gewesen? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Nee! Weißt du? Ihr schießt alle auf... Ja, Mann! Wie schießt ihr denn? Du schießt ihr auf Leute, die die andere einfach abschießen. Ihr habt keinen Beweis dafür. Also ich... Ja! Ich hab auf Fighter geschossen, weil Fighter auf Alana geschossen hat. Nein, ich hab nur auf Mega Yanni geschossen, weil Elviter gefragt hat, wie viele Traitor es jetzt eigentlich gibt und das ist wieder so verdächtig gewesen. Ja, das ist verdächtig! Nicht auf die Schien! Ey, ey! Ja, super! Ja, es ist keine Verdächtigung, ich werde auch random gekillt! Wenn da ein großes Feuergefecht ist, ne, und einer überlebt, und zwei sind innocent, die tot sind, dann ist der für mich eigentlich schon sehr verdächtig. Ja, klar. Ich hab einen getötet. Nicht drei. Bei einem hab ich Schluss gemacht. Also ich gebe euch einen Tipp, geht nicht auf die Schien! Oh, Mann, ey! Ja, das Problem hatte ich auch gerade. Guck mal, jemand hat einen random killt und dann... Ich bin wieder rausgekommen! Ich bin aber wieder rausgekommen! Ja, und dann hab ich dich schon abknallt! Okay. Warte mal, irgendwo hier, irgendwo hier, auf der anderen Seite? Ne, wenn du hier hintrickst, auf der anderen Seite... Ah, sehr, ja, ja, okay. Das ist die Klinge treffend. Ach, klar! Kann ich hier eigentlich was mit dem Automaten machen? Ich hab jetzt... Kann ich nicht... Doch, du kannst... Ne, den glaub ich nicht! Hier geht's! Ja, ich hab jetzt nicht... Ich bin die Tektiv-Rings! Ja, ich helfe dir die Tektiv, ich bin... Und ich bin innocent! Ah, du bist die Tektiv, ja? Das ist wunderbar! Ich bin innocent, dass der Killboy ist! 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 Ja! Ich hab Angst, Gerds war scheiße! Ja, mach zu! Mach zu! Mach zu! Scheiße! Falter! Warte, warte, du musst schnell warten! Alter, was mach ich denn da? Ja, warte, 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 warte! Immer diese Werbung! Immer diese Werbung! Oh, warte, warte! Wie kann man nochmal zeichnen? Wie geht das nochmal mit dem Zeichnen? Wie geht das nochmal mit dem Zeichnen? Pfff! Alter! Hehehehe! Ich glaub, es muss noch mal... Falter ist auch dabei! Falter ist auch dabei! Echse, wir müssen ja sagen... Ich hab nochmal mit dem Zeichnen! Ich hab noch mal mit dem Zeichnen! Ja, ich hab noch da! Also, hier ist die eine Waffe! Leute, ich würde euch empfehlen! Nie aufs Glöckse gehen! Ich hab mich schon richtig stehen lassen, ey! Oh, na, fuck! Oh, da ist einer tot! Wer? Ich glaub, das ist eine Schrot! Wer? Eine MP! Schrot hat Fighter! Schrot hat Fighter! Ja, ich hab eine Schrot in der Hand! Es war ein Schrot! Es war kein Schrot! Es war kein Schrot! Fighter ist es! Fighter ist es! Ich glaub, das ist ein großer Ember! Fighter ist es! Fighter ist es! Wo ist es denn? Fighter ist bei mir! Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wenn es Meiner nicht mehr weiter gemacht wird, wird es weiter hochgefallen! Oh, ne! Ja, er war ein Schrotter! Wer hat ihn gekillt? Ich hab aber auch da aufgeschossen! Ja, klar! Joanny hat ihn gekillt, oder? Ja, ich hab ihn gekillt, aber wer hat noch da aufgeschossen? Ja, ich hab ihn gekillt, aber wer hat noch da aufgeschossen? Ich? Killer! Ja, ich hab ihn sonst keiner! Ja, ich hab ihn sonst aufgeschossen! Und er hat noch aufgeschossen! Joanny ist mal wieder, war kein auszüblicher Beweis! Dann muss der Klee sein, oder? Ja, Killer Boy, denk ich auch noch! Nee, muss nicht zwingend Klee sein! Mr. Wanbar? Ja, ich könnte es auch sein, das ist wahr! Mr. Wanbar! Könnt's schon sein! Aber ich hab keinen Beweis, dass ich nicht bin, das ist wahr! Johanny ist als eines der Crewen neben mir! Der Killer aber auch! Ich bin Detective! Ich hab nur noch den letzten Schuss abgegeben! Vielleicht bist du aber gar nicht Detective, sondern Manuel Neuer! Ja, vielleicht ist Manuel Neuer! Die Dings und der blaue Manuel Neuer! Ja, die Discos! Mach mich fertig! Da unten liegt einer drinnen! Let's go, Papa! Jemand wieder, jemand tot! Scheiße, ich komm nicht ran! Ich glaub noch nicht! Ach, Echse darf's bis zu! Vier Runden sind hier noch, okay! Also ich glaub ja immer noch Johanny oder Klee nicht! Ich weiß nicht wer Klee! Ist noch Mr. Wanbar am Leben! Johanny hat auch Schaden bekommen! Also muss er gegen ihn! Mr. Wanbar! Mr. Wanbar! Ja, ja! Ja, passt mit mir! Du bist immer wieder! Achso, ja! An sich schon! Aber heute will ich! Ja, wenn du doch schon so sagst, bist du es wieder! Was ist das hier? Ja, ne? Okay, aber geh mal lang! Geh mal da lang! Nö, nö, nö! Eigentlich nicht! Geh vor! Geh vor! Geh! Geh! Nein! Geh weiter! Geh weiter! Du kannst da runter! Nein! Kannst du euch auch runtergehen? Guck mal, ich geh runter! Ja, momentan steht da nicht mehr! Wir kommen auch mit runter! Komm, folg mir! Wo runter? Dort wo der Zug war grad! Äh, was macht die Leiche da? Wer ist das? Das ist Peg Leiche! Okay! Gut! Johannes wurde gekillt! Johannes wurde gekillt! Johannes wurde gekillt, Leute! Wie nachher hat sie zuletzt gesehen? Guck nach! Kann ich nicht! Wir brauchen hier einen Medic! Er hat mich zuletzt gesehen! Weil er hat mich angeguckt! Er hat mich angeguckt! Er hat mich angeguckt! Bring mir die Traitor Leiche von Fighter! Ja, mach mich weg! Bring mir die Traitor Leiche von Fighter! Wo ist die? Wo bist du? Ich bin in der Mitte bei Johannis Leiche! Wo bist du? Ich bin in der Mitte bei Johannis Leiche! Achso, ich dachte ich... Bring mir die von Fighter! Wo ist die von Fighter! Warte! Hier läuft ein PC wieder mal! Ja! Wer die von Fighter findet, sagt sofort Bescheid! Ja! Ich super! Wo? Bei den Toiletten! Bei den Toiletten! Bei den Toiletten! Ich muss grad erst mal drin! Ich muss ja erst mal drin! Ach, der hat sich erst mal zu Tode gekackt oder was? Johannes? Echse? Ich bin zwar tot, aber... Echse? Ich bin tot, aber... Echse? Ich bin tot, aber... Echse? Nein! Das war ein Sniper-Schuss! Nein! Ich war's nicht! Er ist nicht bei den Toiletten! Das war eine Mühe! Warte, ich hab keine Schrot... Warte, da muss das Klee sein! Klee! Bist du klar? Ich du noch! Klee! Echse? Wer war's? Klee! Soll ich gehen und neu starten? Echse? 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 Ich hab' ich nur da weichst! Okay, gut. Ich bin kurz draußen! Du Vagina, mach' nimmer den Computer kaputt! Der Detektiv hat alles überstanden! Oh! Echse? 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 Habe ich aus, als ich jemand mit der Disco-Bose und Elon' den Zug geworfen? Alter, was für'n Loch! Wett! Das Loch war immer dicker, das sieht voll geil aus, das Loch. Ja, das macht dich geigen falsch. Du willst die Fisten, doch gib dir das zu schnell, du willst die Fisten. Doch du bist eigentlich homosexuell. Nett. Das Niveau steigt, ich merke es schon. Ja, wir sind so langsam wieder auf mehrere Spiele. Fingerlich, ich Fiste. Aber ich würde sagen hier, die Map ist nicht so gut für den Wagen. Wir haben ein geiles Looter. Ja, ich finde die nicht so gut für den Traitor. Hier ist halt noch ein Camp, ich Fiste. Jawohl. Ich hab nur eine Rifle. Ja, weil damit kannst du mich umbringen. Ja, wenn ich No Scope treffe. Hat eigentlich irgendwer eine Ahnung, woran das liegen kann, dass ich bei manchen Waffen keine Sounds hab? Wenn ich schieße, selber schieße? Ähm, nein. Äh, nö. Du hast recht. Ach, das ist Detective Andy. Ja, das ist Detective Andy. Und der hat hier eine One-Shot-Waffe auf dich gerichtet. Oh, wer hat das Feuer geworfen? Ich würde mich jetzt hier... Keine Sorge. Wer ist da rausklopfen? Ähm, Matt. Oh, scheiß Feuer, Alter. Wer will sich jetzt mein Vertrauen erschleichen? Ich. Keine Ahnung, also ich bin auf dem Klo. Kannst du die One-Shot-Waffe ja verstecken auf der Map und wer sie findet, darfst behalten. Was? Kannst du die One-Shot-Waffe ja auf der Map verstecken, wenn du... Ja, genau. Kannst du machen. Lebe, bist du vertrauenswürdig. Bin ich was? Du vertrauenswürdig. Ja. Ich war jetzt mehrere Sekunden leise. Und du auch. Ich hätte nicht mehr. Und Xer? Niklas, wieso holst du dir immer die Huge? Einer von den beiden muss es gewesen sein. Wer? Also? Niklas oder weiter? Ex oder Niklas? Ich bin akut. Ich bin akut. Ich bin akut. Ich bin akut. Niklas hat nicht gewonnen. Was gewesen sein? Was passiert? Geh rein. Da hinten wurde eine Granate geworfen. Was? Es war eine Granate geworfen. Ich habe eine Granate geworfen. Ich habe eine Granate geworfen. Ich habe eine Granate geworfen. Wie so oft? Ach, weil ich noch nicht ektet bin und damit auch der Gott deines Lebens. Was? Aber wir glauben alle an den Buddhismus. Obwohl Niklas hat eine Huge. Niklas ist es nicht. Da habe ich keinen Bock mehr. Denn Huge heißt nicht, dass er es nicht ist. Er kann es immer noch sein. Ja, aber keiner ist normal. Versteintrop. Voll die Begründung. Er hat eine Huge. Er könnte es sein. Was? Er könnte es nicht sein. Aber das Grenze ist eh so nett. Ich verstehe gar nichts mehr. Lol. Das ist so wie normal. Ist schon jemand tot? Mega Jani ist da hinten. Mega Jani ist gegangen. Wir sind noch zu 7. Max, ich bin auch noch mal ganz kurz draußen. Alter. Aber da müssen ja zwei kommen. Da hat man ja recht neu spinnt. Ja, kann mal jemand einen Medic bauen? Dann bräuchte ich erstmal ein bisschen Punkte. Dann könnte ich einen Medic bauen. Okay, wenn wir unter 7 Leute sind, dann nehmen wir nicht mehr auf. Würde ich sagen. Die ganze Zeit schon nicht mehr auf. 7 Leute ist also die Mindestgrenze. Ja, okay. Mit 7 Leuten ist glaube ich auch viel besser, weil das ist einfach ein riesen Durcheinander. Ich finde 7 Leute ist nicht so toll, weil ich weiß nicht. Ich finde 7 Leute ist eine gute Zahlung. Wenn du bei 2 Traitern... 2 Traitor in Detective machte ich gut. 16 wäre zu viel. Guck mal, wenn es 16 Leute wären. Wir waren auch heute gerne 16. Wir waren maximal 11. Ja, aber stell dir mal vor, wir wären 16. Man kann nichts mehr sagen und alles. Naja, sowieso wenn nur wenige leben. Man muss sich das Handalo-Karte so angucken. Aber wir sind jetzt alle auf einem Fleck bei 7 Mann. Und das gefällt mir bei so wenigen nicht. Wir sind alle immer auf einem Fleck. Und das ist ziemlich jankig, wenn du Traitor bist. Wir waren gestern zu 5 oder zu 6. Das macht viel mehr Spaß. Was? Wieso? Oh, das ist nett. Gib her. Ja, wir zusammen. Ja. Wer hat da gerade jemanden erschossen? Leute, er ist hier. Ja. Ich war alleine. Also ich musste jetzt einfach was machen. Ja. Wir waren jetzt allein. Nein, weil ja jemanden getötet hat davor. Nein! Boah! Fuck, er hat noch was gerufen. Aber bei 7 Leuten müssen da 2 sein. Ey, derjenige, wo mit mir war, ist rausgegangen. Ja, der ist rausgegangen. Ja, gut, das ist auch mies. Boah! Oh, man. Oh, man. Ah, 2 Traitor geht jetzt eigentlich noch. Wobei 3... Ja. Sollen wir jetzt noch aufnehmen? Meine Ausnahme läuft noch. Also meine auch noch. Also ich nehme jetzt fertig auf. Also gestern bei 7 Leuten oder bei 6 oder 7 Leuten. Wie viel auch immer wir waren, war es eigentlich richtig geil. Ja, nur das war wichtig. Nein. Das ist die perfekte Größe eigentlich. Alter, du hast mir die Pistole geklaut. Wir können hier die Community fahren. Ich hab dir auch deine Unschuld geklaut. Also von daher. Boah! Was willst du Darko's klauen? Es war halt auch, dass bei so vielen Leuten sind die Random Kids einfach viel mehr aufgefallen. Bei wenigen Leuten. Ja. Wobei, das waren halt... Ne, ich finde eigentlich bei wenigen Leuten fallen Random Kids mehr auf. Ja, ist sie auch. Aber bei vielen. Oh, ja. Da waren die Random Kids von der Tat her. Ja, genau. Boah! Ich muss aber nicht sagen. Boah! Alter, was mache ich? Das ist das Indocent hier rum. Man braucht halt nur eine passende Karte. Das ist das Ding. Ich geh jetzt nur noch auf den Weg. Ich hab keinen Bock mehr auf das Indocent. Ich will jetzt immer wieder was kaputt machen. Ja, in der Traitor. In der Traitor. In der Traitor. In der Traitor. Ich war nur... Einmal Traitor auf dem F4. Und auf der Brailling war ich auch nur einen. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal Traitor war. Ey, ganz ehrlich. Wo sind die anderen? Jetzt sind wir noch mal vergriffen. Lass uns mal zum Beispiel. Ja, die sind... Sind... Die sind nicht... Boah! Also, ich würd sagen, im Zweifel ist es erstmal sowieso Mr. Wanbar. Ne? Die Pferde da oben. Im Zweifel... Oder Niklas? Ne. Und danach spielen wir nochmal Dings hier. Fass uns auf der Map hier. Blaser. 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 Ne, hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Hatten wir noch nicht. Ich... Ihr hättet auf mich geschossen. Ich storke jetzt hier Mr. Wanbar. Einfach so. Ach genau, wir haben Blaser nicht genommen, weil wir Minecraft 5 genommen haben. Genau. Ach, so ne Scheiße. Wir haben immer Blaser erstmal. Leee. Mhmmm. Ah. Was? Wer hat sie Halleluja gemacht? Alter. Alter. Niklas, Niklas. Niklas war's. Ich hab's gesehen. Epistola. Wer ist es? Niklas? Oder was? Oder Andy? Party. Ey, ich hab's ja gesagt, du hast es gesehen. Aber ich hab ihn nicht mit ihm gesehen. Ich hab ihn nicht mit ihm gesehen. Ja, ich hab dich ein bisschen. Ich hab dich ein bisschen verkraftet. Da war das Fighter. Ich hab gedacht, du hast ihn gesehen. Eine Runde noch. Ja, also du hast zwar Traitor, aber du hast ihn noch mit mir Falten abgeschossen. Hallo. Siehste dich einfach in den Sack geworfen und Drop hauen. Ich darf immer n Rischen. Mensch bin ich gut. Alter Schwede. Das ist ja nicht mal so geil. Das ist ja nicht mal so geil. Also Andy ist der King. Ja, ne? Von Burger King, ja. Habst du ne Hände Burger King ohne? Der King von Burger vielleicht, ja. Ah, ah, ne? The King of All. Oh, das gibt's doch nicht. Wir müssen halt echt mal Pistol-Oni machen. Deswegen sing ich gleich noch. Und reload again. Oh, SG. Oh, die Scheiße. Ich hab meine Lieblingswaffen. Cool. Ich liebe die M16. Also die M16 ist irgendwie Scheiße. Ja. Liebel Scheiße. Drei Headshots und der andere ist tot. Was bin ich? Oh, ich bin Detective. Ich bin so extrem wundersend. Leute, ich bin angeschossen. What the fuck? Wer ist bei mir? Ich hab dich angeschossen. Hallo. Wieso hat er mir zwölf Schaden gemacht? Weil... Na, na, na. Der Traitor ist. Und Axel, der vor mich geht und irgendeiner dreht durch. Alter. Der dreht durch. Was denn? Der hat geschossen. Alter. Hatte der einen Diegel? Äh, Axel war's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Hallo, ich war da ja nicht mal. Ah, der hat eine Granate geworfen. Der hat eine Granate geworfen. Der hat eine Granate geworfen. Was war's denn? Wenn das eine Hände nur jetzt, dann ist es Klee. Nee, aber das war keine Hände nur. Ja, dann ist es nicht. Dann ist auch unbedingt nicht Klee. Was? Das ist Spau. Wie, was jetzt? Jetzt, Moment mal. Jetzt mal ganz langsam hier. Oh je, wir fahren ja die Züge. Loi, ihr fettet doch alles. Ich bin ein bisschen langsamer. Das wird nicht alles so schnell. Ja. Ey, wo seid ihr? Kein Plan. Kein Plan. Loi, Klee ist. Klee ist mir langsamer verdächtig. Ja. Na. Find ich aber auch. Mach mich. Ich bin so verdächtig. Dann soll's mich machen. Ich glaub, das wär ne super Idee. Ich glaub, das wär ne super Idee. Ist ein bisschen am Kacken gewesen. Kacken. Na. Ich, ich will euch nur beobachten. Ich, ich will euch nur beobachten. Wir sind Sniper. Wir sind nur beobachten. Ja, aber das ist so. Ey, wie eine Kackparte für Sniper. Einer hat den Sniper weggen müssen. Klee erstmal auf Suspect. Alter. Niklas, 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 Niklas. Ich beobachte nur das Geschehen diesmal. Mhm. Ich bin Live Reporter. Von der Bild. Live Reporter. Also ich bin von der Bild. Du bist hundertprozentig verdächtig. Du bist von der Bild-Zeitung. Ja, von der Presse. Klee? Ja. Du bist Kevin und arbeitest bei der Bild. Das sind alles Sachen, das euch nützt. Bei der Bild arbeitet nur Kevin. Du rollst. Du rollst. Du rollst. Ja und Traitor. Ja, ja. Wenn wir gestriket haben, hat er was gegen die Bild gesagt. Ne, das ist RTL. Das stimmt. Jetzt töntet euch endlich mal. Das ist langweilig zu drücken. RTL ist das Bild des Fernsehens. Das Bild des Fernsehens. Jawoll. Und herzlichen Glückwunsch. Klee? Du hast den Preis für die dümmste Handruck bekommen. Klee, du hast gerade auf mich geschossen. Dankeschön. Schießt auf alle. Ach, du schießt auf alle. LOLL! Wer war das? Klee? 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 Doch, Klee war's. Ah, wo ist denn Klee? Da liegt er doch. Ne, das war Niklas. Niklas liegt da. Nik, ja. Exel? Nein! Ja, nein. Ich muss was machen, das war so kacke. Tschüss. Tschüss. Ich muss was machen. Ja, tschüss. Einiger Garten. Einiger Garten. Einiger Garten. Ja. Schön, dass wir uns mal einsehen, welche Karte wir nehmen. Ach man, ich hab die ganze Zeit die Möglichkeit gesucht jemanden mit der Identität zu klauen, aber bei der Menge von sieben Mann geht das einfach nicht. Wie viel war das? Ich find das Killer-B...